Ach komm schon! Toll, kein Strom. Hier muss doch ein Schalter oder sowas in der Nähe sein. Scheiße, ja, wer sagt's denn? Okay, ein Punkt für Matt und Emily. Ja, ich weiß nicht. Parkranger Station Blackwood County. Over. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Bitte sagen Sie etwas, wenn Sie das hören. Bitte, wir brauchen Hilfe. Over. Over. Scheiße. Hallo? Oh mein Gott. Zum Glück, wir brauchen Hilfe. Bitte. Hallo? Will uns jemand kontaktieren? Hier ist die Parkranger Station von Blackwood County. Wir haben eine sehr schlechte Verbindung. Sprechen Sie bitte langsam und deutlich. Over. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte, Hilfe. Oh mein Gott, wir sind hier am Blackwood Mountain. Und hier ist ein Psychopath. Können Sie mich hören? Wir holen Sie hier Nachricht. Es war nicht möglich, zu verstehen, was Sie sagen. Wir brauchen Hilfe. Bitte. Hallo? Können Sie sich bitte identifizieren, Over. Oh mein Gott, okay. Hier ist... Mein Name ist Emily. Hallo? Ich empfange Sie nicht deutlich. Ich bitte wiederholen. Over. Wir sind am Blackwood Mountain bei der Skilodge. Hier ist ein Killer. Er ist hinter uns her und er hat unseren Freund umgebannt. Oh Gott, bitte, Hilfe. Sie müssen uns helfen. Was? Wann? Wie lange? Morgen. So früh es geht. Nicht vor dem Morgen. Scheiße. Scheiße. Oh mein Gott, es ist hier. Es wird nicht umregnen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist hier. Es ist ein Schiss. Ich würde dir sagen, dass ihr es dir geschadet habt. Tönt mich für dich, Schatz. Ich gehe. Geh. Ich gehe. Ich gehe. Scheiße, Scheiße! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Ah! Oh, fuck! Fuck! Verdammt! Verdammt! Matt! Oh Gott, Matt! Hilf mir bitte! Ich komme! Ich komme! Em, das Ding ist echt verdammt wackelig! Matt! Du musst etwas unternehmen! Sofort! Worauf wartest du? Ich denke nach! Lass mich nachdenken! Denk nicht, du Idiot! Hol mich einfach hier runter! Was zur Hölle ist dein Problem? Ich was? Warum bist du immer so scheiße zu mir? Tut mir leid, das war nicht so gemeint. Ehrlich. Ich versuche zu dir zu kommen und dich hochzuziehen! Jetzt hol mich bitte von diesem gottverdappten Turm! Bitte, 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 Matt! Tu endlich was! Ich komme! Hier! Oh, shit! Matt! Stopp, Miss Kippen! Stopp, Miss Kippen! Emily! Sie war nicht oben? Weiß nicht, habe sie nicht gesehen. Sie muss hier runtergekommen sein. Ich habe sie auch nicht gesehen. Oh! Oh! Ist das wirklich passiert? Verdammt, was ist denn hier bloß los? Sir! Was? Chris, ich wollte nur sagen, was da in dem Schuppen passiert ist, ich weiß wie schwer das für dich war. Josh war dein Freund! Etch, stopp! Nein, ich will nur sagen, ich... Danke. Danke, ich... Ich verdanke dir mein Leben. Was hätte ich tun sollen? Okay, ich... Ich musste dich eben einfach retten. Ich musste. Ash, geht's dir gut? Ja, nur das... Ich weiß, du und Josh standet euch nah. Chris! Los, suchen wir Sam, okay? Darauf kannst... Sieh mal hier. Chris, was ist hier passiert? Ich bin kein Forensik-Experte, aber... Sie wurde anscheinend geworfen? Was soll das? Das ist so abartig! Hä? Warte mal kurz. Hast du das gerade gesehen? Äh, hab... Hab ich was gesehen? Das, Chris, das! Welches das meinst du? Das war wie... Es war wie eine durchsichtige Gestalt. Wie ein Geist. Oh, Mann. Ich meine das ernst. Warum glaubst du mir nicht? Ich hab... Ich hab das gesehen. Zählt das denn nicht? Das war... Das war die Hölle heute Nacht, okay? Du bist total fertig. Ich bin total fertig. Ich... Ich glaub nicht mal mehr, was ich sehe. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Da war... Etwas... Chris... Ash, ist okay. Du bist nur... Wir... Wir beide... Sind im Moment nicht ganz wir selbst. Wir... Wir müssen uns zusammenreißen. Ja, geht das? Chris... Lass uns... Lass uns Ruhe bewahren. Oh, wir werden mich hier unten langsam irre. Woanders kann Sam nicht mehr sein, Ash. Warum können wir nicht einfach die anderen suchen und... Was, wenn Sam uns braucht? Wenn sie in der Klemme steckt? Oh, Gott. Los geht's. Das kann doch nicht wahr sein. Was zur Hölle ist denn hier los? Oh Gott, hab ich mich hier geschrocken. Du bist drangestoßen, oder? Bist du drangestoßen? Ich glaub nicht. Ich weiß nicht. Wie konnte hier alles zur Freakshow werden? Türen knallen und Kerzen gehen ganz von alleine an. Dieses Gespenst oder was immer es war? Du willst einfach nicht einsehen, was hier wirklich passiert. Erzähl mir nicht, du hättest diese weiße Gestalt nicht gesehen. Sie war praktisch direkt vor uns. Wir... Wir... Wir halluzinieren. Ich hab keine Halluzination. Ja, also ich hab auch Dinge gesehen. Das, was Josh im Schuppen passiert ist. Ja, und das... Das macht mir Sorgen. Oh. Chris. Ich weiß. Ich weiß. Weißt du, was mir wirklich Sorgen macht? Okay? Ich hab Angst um Sam. Was ist mit dir passiert? Falls ein Psychopath hier rumläuft, ist sie vielleicht auch tot. Sag das nicht. Bitte. Chris. Da. Da, 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 Chris. Man sieht's durch die Fenster. Was denn? Mini-Einrichtung? Nein. Eine ganze Szene mit Puppen und so. Ja. Ich schätze, du brauchst einen Schlüssel, um damit zu spielen. Hier ist kein Griff dran. Sag das. Warte, Chris, 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 der Geist! Was? Hast du's nicht gesehen? Nein! Du hast mit dem Handy gespielt, du Depp, was twitterst du? Hashtag, wir werden von einem Geist verfolgt? Ash, komm runter, okay? Es ist kein Geist hier. Der Geist von wem? Du flippst aus wegen der Sache mit Josh und... Hast einfach nicht auf. Da war was. Da war ein Geist und er sah aus wie Hannah. So wie Hannah. Warte, 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 was? Oder wer wie Beth. Scheiße, Ash. Was? Was glaubst du? Die verfolgen uns jetzt seit der Seance? Aber ich weiß nicht. Das tun sie nicht, weil es Geister gar nicht gibt, okay? Okay. Und wer hat dann mit uns gesprochen, weil der ist der Ausgriff? Ich weiß es nicht. Was war das? Wie kann ein Bild einfach so von der Wand fallen? Oh mein Gott. Da, da, Chris. Jetzt sag mir nicht, dass du das nicht gesehen hast. Oh, das ist... Siehst du? Das ist... Du siehst es du? Ich weiß nicht. Ich, 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 ich... Das ist völlig verrückt. Chris, es zeigt uns den Weg. Oh, das ist unglaublich. Ich glaub, der Geist wollte mir das zeigen. Wie, was? Wow, 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 wow. Was ist denn hier los? Oh Gott. Sieht fast aus... Nicht nur fast, das seid ihr. Im Versteck, wartet auf Hannah. Letztes Jahr. Aber es ist genau, ich meine, genau da habe ich gesessen. Und da war Meth und... Das hat jemand aufgebaut. Der dabei war. Oder jemand, oder etwas, das uns beobachtet hat. Vielleicht ist es eine Warnung. Ich glaube, jemand... Ich glaube, jemand hat das aufgebaut, um uns zu erscheinen. Nein, es war bestimmt der Geist. Das heißt, der Irre ist der Mörder von Hannah und Beth. Nein, das ist dieses Dreckschwein. Der treibt hier seine Spielchen mit uns. Warum sollte er das hier inszenieren, Chris? Er will uns sagen, dass er uns alle auch noch erwischen wird. Oh Gott. Das ist Hannahs Tagebuch. Wenn alle zusammen hier sind, auf dem Berg, das wird so super. Kamin, Feuer und Whirlpool. Und oh mein Gott, Mike, ich bin so begeistert, dass er hier sein wird. Ich kann das nicht lesen. Es ist zu traurig, Chris. Was war das? Das kam von da hinten. Aber du hast ihn gesehen, Chris. In echt. Da war irgendwas. Aber wo ist es hin? Hey, sieh mal hier. Sieht neuer aus als das ganze andere Zeug. Ein Katalog für Industrieglühbirnen? Was hat der hier verloren? Da. Eine Glühbirne ist eingekreist. Das ist eine starke Birne. Ha. Und da denkt man, gruseliger geht's nicht mehr. Oh. Shit. Äh. Was war das? Ha. Warte, hier ist noch ein anderer Raum dahinter. Der ist riesig. Chris, ich glaube, ich will nicht weitergehen. Wo in aller Welt sind wir hier? Soll das ein Witz sein? Wo ist es so von dem hier? Das? Das ist ein komplett anderes Hotel. Ich hatte keine Ahnung davon. Ich glaube, ich halte das nicht mehr aus. Ja, ich... Ich hab mein Limit auch erreicht. Ich hab doch nur versucht zu vergessen, dass letztes Jahr je passiert, der so... Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was Hannah sich gedacht hat. Ja, tja. Du weißt, wie das ist, wenn man sich in jemanden verknallt. Toll. Also, im Grunde sagst du, wir hätten eine verletzliche Freundin in eine schlimme Situation gebracht und deshalb konnte sie gar nicht anders als weglaufen. Wenn du's wärst, meinst du nicht, du wärst auch weggerannt? Ich mein, wer lässt dich gern verarschen? Hm. Mich verarscht hier niemand. Das denkst du. Was? Chris, wir haben sie voll lächerlich gemacht, vor all ihren Freunden und ihrem Schwarm. Kann man jemandem noch was Schlimmeres antun? Was ist das? Sams Armband. Und sie nimmt dieses Ding nie ab? Wir müssen sie finden. Schnell! Hey. Die hier... Sind die fake? Warum druckt jemand falsche Zeitungen? Das ist eine echt gute Frage. Ist das jetzt genauso? Ich habe meine falsche Zeitungen